Norddeutscher Rundfunk 2019 Das kann doch nicht wahr sein. Jaaa! Jawolle! Nein! Jawolle! 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 Ein verdienter Sieg. Das hat uns viel zu schwierig gemacht, Torchancen in der zweiten Halbzeit waren ausreichend da, um das frühzeitig zu entscheiden. Wobei man auch sagen muss, dass man in den ersten 20 Minuten ein quältchen Glück heute hat und dass Sachsenhausen die ersten beiden klaren Chancen nicht verwertet hat. Aber über das ganze Spiel gesehen, denke ich, verdient. Na, wir sind sehr erfreut, wenn wir endlich mal drei Punkte holten.